so ich habe einen schwarzbretter ist das und die stufen dazu ist das tropenholz tropenholz ist das richtig und ich habe tropenholzstufen sind die ich habe jetzt birken stufen das sind die fichten stufen sich damit verpflichtet ist ja wirken weide tanne pinja fichten okay ich habe ein fichten setzen das heißt also ich habe hier fichten stufen ich habe ihr himmelsreich bretter richtig ich habe hier tropenholz bretter richtig ich habe hier birken bretter richtig ich habe hier fichtenholz bretter richtig und fichtenholz treppen richtig gut dann würde ich mal sagen läuft 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 da ist noch eine schicht drauf ich weiß nicht wie ich das beleuchtet kreier ja das ist auch eine feine sache so ein easy crafting ding aber da steht er jetzt natürlich ein bisschen pechner also das sieht schon mal das ist schon mal ein reis so wir gehen hier runter weil wir haben wir unseren kräftigen dinge hat das auch mal ist weil das bett kann weg ich glaube ich so viel crafting table hier drin seit drei betten jetzt habe ich drei betten an den ich dann kann hier stelle ich auch ein sind und weiß ja nie wo man mal schlafen muss hier oben haben wir ein bett stehen hier laufen wir auch hoch und so haben wir ein bett stehen hier können wir auch einzustellen sieht das schön aus das muss man also man kann es gar nicht so oft machen man kann es gar nicht oft genau wieder rein traumhaft traumhaft aber wo ich schon mal hier bin wo ich schon mal hier bin hier sind doch diese komischen das war hier das ist schwarzeichenholz ja ich habe schon wieder ich habe mich gerade überlegt ob ich mir jetzt was wohl hier oder ob ich dann meine truhe wo ich schon was drin aber jetzt haben wir hier jetzt habe ich jetzt kam habe ich hier habe ich eine große das muss angesprochen der muss angeschlossen wenn ich das hier alles ernte dann muss der angeschlossen sein geht hier unten lang geht ja hier irgendwo lang club und es kommt in meiner küche an und es kommt in meiner küche an mir fällt da gerade was ein und zwar gibt es bei bildkraft oder auch bei wo waren das bildkraft oder industrialkraft gibt es doch diese pipes und es gibt auch von diesen gibt es auch teleporter teleporter pipes ist jetzt die ja gut wie ich gerade merke habe ich nicht die englische version sondern die deutsche version wo sehr viel übersetzt das leitungen aber leitungen heisenstein pflaster stein ok gold ist aber falsch dran sportrohre hm scherz maragd ja gut ich sag mal so ist jetzt nicht das was ich mir vorgestellt habe weil ja weil ich gehofft hatte ich hätte auch die teleporterpipes drauf da werde ich mich aber noch mal umsehen und werde unter umständen den mutter aufmachen weil es kommt wieder ein weil es viel einfacher ist ich meine gut den tunnel könnte ich ja trotzdem machen wäre es ja nicht das problem das heißt den tunnel machen wir hier unten lang plumpen komm hier unten an komm hier unten an so und von hier unten das weiß ich aber nicht ob es funktioniert von hier unten würde ich dann eine teleporterpipes an den controller schicken an den controller schicken der controller der controller verteilt der controller verteilt das der controller verteilt das im haus so und wenn das wirklich der fall ist ja das meine letzte achse oder ja springer runter ja ich hatte das ja auch schon zugemacht ist auch schön das ich habe hier noch eine axt warum warum sollte ich hier noch eine axt haben nein ich muss mir eine bauen Und ich wette, bei meinem Glück habe ich hier noch doch... Wenigstens. Wenigstens das. Wenn ich das jetzt... Ich überlege. Ich überlege. Und zwar, wenn ich... Gut, das kann ich abreißen. Ich überlege. Wenn ich das... Welches Objekt muss ich denn dort oben ran setzen, wenn ich das jetzt so rum mache? Das heißt also, ich schicke das unten in meinen Keller. Ich schicke das via Transporter-Pipe nach oben. So. Jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass es sich um Essen handelt. Ich werde mehrere Systeme machen. Ich werde ein Essen-System machen. Ich werde ein Essen-System machen, wo ich den Controller hier hintersetze. Der Controller kümmert sich nur um diese eine Wand, die er hier hat. Ich meine, vielleicht mache ich natürlich... Ist das schon wieder kompliziert? Ist das kompliziert? Ist das kompliziert? Und ich wisse... Ich weiß ja auch nicht, weil von der Sache her, klar, ist es natürlich nicht schlecht mit dem Schlafzimmer dahinter. Aber ich befürchte mal, dass es nicht ausreicht. Das es halt wirklich nicht ausreicht. Und wenn diese Wand jetzt nicht ausreicht, dann fange ich hinterher wieder an zu bauen. So, und jetzt, wenn ich jetzt... Klar, wenn ich die jetzt abreiße. So. Jungle, 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 irgendwas. Jungle Draws, gut. da befürchte ich mal wenn ich das jetzt nicht umbau und das von mir aus ich habe dann 123 3 in die tiefe dann hätte ich hier meine wand haben wir was ich hinstellen kann das heißt ich würde den umdrehen dann habe ich 1234 naja 1 2 3 4 würde hier eine reihe langsitzung so hätte dann die komplette nische als essensraum richtig hätte die komplette nische als es dann würdest du den so zu machen ne würdest du so zu machen weil wir die nischen braucht stimmt naja ist natürlich jetzt auch so eine sache ich meine gut ich kann das natürlich hier wegnehmen es ist kompliziert es ist echt kompliziert weil wenn ich den jetzt hier weg nehme dann muss ich natürlich auch hier oben meine dinge wegnehmen jetzt habe ich hier drüben warum warum auch immer ich auf der seite eine stufe habe ach weil ich auf der seite habe ich nur die niedrigen geliebt hahaha gut soviel dazu ähm soviel hopp 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 Das würde jetzt ja bedeuten... Geht aber wieder zurück. Das würde jetzt ja bedeuten, 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 bedeutend. Dass ich den wegnehmen muss, den wegnehmen muss, damit du... Das ist immer nur die Ecke. Dann kannst du aber auch das Fenster hier gleich zumachen. Kannst du das Fenster hier auch gleich zumachen. Weil du musst ja so rumsetzen. Das ist nur ein Platzhalter. Das heißt, du brauchst jetzt im Endeffekt Fichtenbrennerholz. Ja. Das ist nur ein Platzhalter. So. Ich brauche Fichtenbrennerholz. Fichte. 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 Gib mir mal die Ecke, was du hast. Brauche ich noch irgendwas? Ne. Wiss man nicht. Kassier. Ja. Bring mir mal die Eckeante walls. Also nach dem운terεut. Bye. Fichtenbrennerholz. Schlicht. So. Das haben wir zugemacht. Okay. so passt das ist alles fichte das ist alles fichte so jetzt habe ich natürlich hier jetzt haben wir noch fichtenstufen brauchen wir die jetzt auf der seite eigentlich brauchen wir nicht damit würden wir im endeffekt nur so einen absatz machen das heißt das ist von meinem schlafzimmer geblieben das ist von meinem schlafzimmer geblieben es passt noch nicht mal ist ja wieder herz allerliebste auf dem bett rumtrampeln damit ich komme also kommen wir jetzt von der seite hoch ist eigentlich auch egal wir haben in jeder etale ein bett stehen so neuer tag neues glück am anderen umblick von oben hier bräuchten wir die kleine terrasse wo man sich hinsetzen kann naja hier fehlt noch so eine brücke rüber faszinierend so eine bräume faszinierend so eine bräume so und hier unten da machen wir entweder wir machen da drüben den see weg oder wir machen hier vergrößern das in die richtung dass wir hier hinten 1 2 3 4 5 3 mal 5 5 10 dann sehen dass wir hier hinten vielleicht gut muss das Dorf weg hm kann man mit leben kann man mit leben dann müssen wir das Dorf wegreißen geht nicht anders so und hier muss ich durchgucken ob ich hier alle im bestand habe oder ob ich hier auch nochmal äh nacharbeiten muss ne warum noch gehen wir so lang so weil dann können wir eigentlich das hier schon wieder äh äh ja eichenholz bretter klatscheiben haben wir natürlich nicht mehr doch da 1 und 2 1 und 2 und dann boah ach jetzt haben wir hm 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 wir haben natürlich jetzt den fehler gemacht dass wir und da kommt das dann können wir den jetzt können wir uns das sind fichten das sind fichten 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 das ist das das ist auch fichte zwei bereich davon müsste dann sieht es zumindestens wieder sowas wie vor zwei haben wir noch einen dritten mitgebracht das wäre schön gewesen und dann bringen wir noch zweimal glas mit also das mit dem auswehren das gefällt mir richtig gut jetzt sieht es hier unten dass man wieder aus wie vor wird gefällt mir auch gut weil war nichts war nichts wir haben hier noch dann können wir da noch da noch ein und da noch so jetzt gehen wir nach unten ich habe hier noch wieder erde übrig geht auch da rein ich habe hier ein glas übrig geht auch da rein ja wahrscheinlich könnte ich mir auch irgendwo diesen limestone so limestone club auf weg so der rest ist alles dann dieses sieht ja richtig gut aus ich müsste bis dahin zu kriegen wir haben da ein fenster das ist vier mal vier groß und wir könnten hier auch das ist alles top das ist alles top das sieht immer noch super aus und das projekt geht weiter